Ach, ich will wenigstens noch mal auf den Berg gestiegen sein! Hey, Achmed, hast du gestern auch Trapper-Jim gesehen? Klar! Echt lustig, wie der da auf den Berg gestiegen ist und dann auf einmal... Verdammt noch mal, ich hab's gesehen! ...und dann steht er da oben, sieht den Baum und dann sagt er so komisch... Hey, mach das noch mal! Was, dieses... ...ausgezeichnet? Möchtest du gerne mal Synchronsprecher sein? Wer sind sie eigentlich? Ohoho, wo sind bloß meine Manieren? Patrick Wagner, Zeichentrickproduzent. Was? Sie sind der Erfinder von Trappergym? Ganz genau. Und du könntest die neue Stimme von Trappergym sein. Und ich soll die neue Stimme von Trappergym werden? Ganz genau. Und dazu müssen deine Eltern nur diesen Vertrag unterzeichnen. Na gut. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich geh da mal kurz weg. Wow, hast du das gerade mitgekriegt? Der hat gesagt, ich soll die neue Stimme von Trappergym werden. Wenn ich ehrlich bin, bin ich kurz weggedreht. Aber das ist ja wunderbar. Wenige Tage später. Ist das nicht unglaublich? Wir stehen jetzt gerade vor den Studios, wo unsere Lieblingssendungen gedreht werden, wie Trappergym und so. Also lieber wäre ich drinne. Wow, es ist echt unglaublich hier. Ja, aber du kannst es glauben. Hier gibt es alles, was wir aus den Filmen kennen. In diesem Animationsstudio zum Beispiel wird Trappergym gedreht. Oder hier, dieser Käfig. Das ist aus Lazy der Film. Hier kann man sogar Stars treffen. Hier ist zum Beispiel die Hauptdarstelle von Xam Trott. Hallo, mein Name ist Tort. Max Tort. Freut mich, mein Name ist Trott. Xam Trott. Ich bin die neue Stimme von Trappergym. Ich kann das immer noch kaum glauben, was zufälligerweise was mit dem alten Sprecher passiert ist. Ja, der wollte zu viel Geld haben. Da hat unser Chef den rausgeschmissen. Wer auch immer. Wo geht's hier zum Tonstudio? Ja, genau. Äh, zum Tonstudio. Immer da lang. Später. Okay, was muss ich jetzt machen? Na gut, es ist ja immerhin dein erstes Mal jetzt. Also pass auf. Auf dem Blatt vor dir liegt der Text. Und den musst du einfach nur synchron zu dem Film sprechen. Okay? Bäh? Sehr schön. Im Kasten. Bäh? Ausgezeichnet gemacht, nächste Szene. Bäh? 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 Sehr schön. Das Geld überweisen wir auf euer Konto. Wow, vielen Dank. Das war ja immerhin meine erste Rolle hier. Dr. Knoo, was machst du denn hier? Ich spiele Dr. Hoon in Xam Trott. Der neuen Serie. Nach der ersten Ausstrahlung. Hey Max, hast du gestern auch die neuen Trapper-Gym-Folgen geguckt? Und ob ich die kenne? Ich bin nämlich die neue Stimme von Trapper-Gym. Hey, das stimmt aber. Hey, das stimmt aber. Wegen democrats, wir sind die neuen Trapper-Gym-Folgen era, wenn các die Hände machen.